Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 days to die. Ja, ich habe uns, nachdem wir in der letzten Folge die Route zu Joel in die Wüste freigeschaltet haben und die Wüstenstadt einmal umrundet haben, habe ich uns hier zurückgebracht, habe den Loot da schon verräumt. Ja, dann steht uns aber noch Loot aus, aus vorherigen Missionen. Den würde ich jetzt gerne noch einmal schnell mit euch verräumen, bevor wir uns dann bei Jen die erste Dreier-Quest abholen. So, den Helm hatte ich nachgeschaut, der ist, wir sehen es jetzt auch ja gerade, geringfügig schlechter als unserer. Von daher können wir den veräußern. Hier, Moni sammelt sich langsam. Dann ist es erst morgen, dann schmeißt du den Scheiß hier erstmal rein. Die kannst du direkt vertilgen. ... ... ... ... ... ... Oh, nein. So, die 6er-Machete da unten ist schon ein gutes Stichwort. Die haben wir nämlich gefunden. Die werden wir dann jetzt natürlich auch gleich übernehmen. So, die 6er-Kettensäge, ihr seht es hier, 9. Unsere hat 10,1. Das heißt, die füge ich besser. Der Kollege also auch zum Händler. So, Schockstabteile brauchen wir nicht. Raketenwerferteile brauchen wir nicht. Stahlknüppelteile brauchen wir nicht. Sehr schön. So, dann habe ich einen Messingheitskörper. Habe ich einstecken. Dann lass uns ihn doch hier einmal ganz kurz entmilitarisieren, hätte ich fast gesagt. Ja, wieso reparierst du den jetzt? Egal, wir machen erstmal hier weiter. Okay. 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 All right. Okay. Waren wir hier dazwischen? Waren wir hier dazwischen? So, nun aber... ...beändern. So, nun kannst du veräußert werden. Was leer. Hier war noch ein bisschen Öl drin. Und hier habe ich noch Bücher, die wir noch nicht gelesen haben. Äh, jetzt wohl, okay. Aber hier nochmal viermal Sturmgewehre. Zweimal Klingen. Machete 3. Im Gegenteil, da habe ich es schon in die Händlerkiste gepackt. Brauchen wir jetzt ja nicht mehr dadurch, dass... Oder nee, hatten wir beim letzten Mal Verkauf, so rum war es. Ähm... Aus genau dem Bunde. Weil ich ja diese Machete gefunden hatte. Hier hattet ihr sie nur noch nicht gesehen. So, das Öl hier noch rein. Dann würde ich gerne einmal nach dem Bogen gucken. Wie weit waren wir da? Den Komponbogen können wir bereits auf vier. Frage ist, lohnt sich das? Oder warten wir den Fünfer ab? Oder finden wir einen Sechser? Fragen über Fragen. So, als allererstes würde ich sagen, wir trinken nochmal einen Schluck. Dann auf zu Jen. Dann auf zu Jen. Na, Copy? Dich werde ich hier auch nicht los, hm? Zumindest nicht von alleine. Dich werde ich hier loswerden müssen. Sonst gehst du mir gleich irgendwo auf den Keks. Lass uns mal den Speer nehmen, haben wir lange nicht benutzt. Eie. Ach guck, guck mal. Ja, bei Jen trifft sich die Welt. Ja, genau. Copy, kaputti. Du bist kaputt. Ah, nix. Der steht nochmal auf, okay. Jetzt darfst du liegen bleiben. Erst dreimal vorbeischießen, ne? Das habe ich auch ja gerne. So, haben wir drin wenigstens ein bisschen Ruhe. Servus. Ja, wer sagt's? Ja. Bis zur Quest, äh, bis zur Stufe 6. Ja, gar kein Problem. Äh, 240 Meter West. Die Smith Residenz sagt mir jetzt so nix. Ich wusste, du würdest mich nicht runterlassen. Äh, es gäbe zwei Felsenzertrümmer, aber die sind hoffentlich auch noch da, wenn wir gleich wiederkommen. Ja. 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 Ja, ne? Das bleibt so. Ja. Was ist hier wohl, oder? Da kaspert schon jemand rum. Hat sich's ausgekaspert. Jetzt her. Quatsch. Hier wohnt er. Ich seh, jetzt ist es nämlich nicht lootbar. Von daher. Okay, der Kollege ist das. Ich hab die Namen halt noch nicht so drauf. Da oben ist nix, okay. Ja, dann... Mal rein in die gute wohnliche Stube hier. Achso, Vorrätequests, deswegen... Keine roten Punkte. Dann war ja mal gar nix. So viel einf... Ahahahahaha. Für dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ach, jetzt sehe ich es auch. Witzig. Ich fahre hier doch noch nicht durch, oder ist hier nicht hier? Ah, ja. Kann ich nicht rennen? Ich fahre hier. 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 Ich fahre hier weg. Okay. Autowarm. Wo ist mein Autowarm? Guck mal. Ich fahre hier weg. Ich fahre hier weg. Ich fahre hier weg. So. so sonst nix hier ein cowboyhut wo ging es denn hier gleich wieder runter hier waren wir noch nicht kleine hängelschränke auf dieser seite hier 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 ne Nö, da ist nix und da sind wir gekommen, dann geht es hier ja runter, genau. Ich sehe keinen Bildschirm oder so einen Fitnessraum ohne Bildschirm. Scrap, 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 Scrap. Mio ist aber auch kein Rezept, können wir auch direkt essen. Die Tasche drin. So, einmal Gewehre, den anderen Kollegen kennen wir schon. Geh weg, bitte Rotz. Steine einstecken, sieht nicht so aus. Mag ich keine Steine einstecken. So. Ja, hätte ich das jetzt nicht kaputt gemacht, wäre ich wahrscheinlich... äh, da hochgekommen. Jetzt müssen wir hier lang. Ja, ich würde sagen, wir ziehen das hier nochmal gemeinsam durch. Geben die Quests nochmal ab. Jetzt in dieser Aufnahmesession, da würde ich gerne auch... einen Abschluss dafür bekommen. Ja. Oh. Geh weg. Ja. Ja. Da. Ja. Ja. Also, einmal retour zu Jen. Okay, bin ich nicht ganz richtig, aber wir finden den Weg. Ein paar Dellen im Auto, aber da ist ein Graben, da sollst du nicht lang. So, dann nochmal hergeluschert. Verkaufen, verkaufen, eine behalten wir. Da haben wir auch noch keinen von, also Lederstaubmantel weiß ich jetzt gerade nicht. Die tun die immer so. So. Letzte Aktion für diese Folge. Ja, es bleibt dabei. So, zweimal Bögen haben wir hier noch, zweimal Vorschlaghämmer und zweimal Sprengstoff. Dann holen wir uns die nächste schon mal ab, 366 Südwest, Forever Video. Ich glaube, das ist das mit dem angrenzenden Polizeirevier. So, da haben wir zwei Felsenzertrümmerer, die hätte ich gerne mit, weil ich ja zwischen den Folgen jetzt gerne eine neue Eisenmine eröffnen möchte. Gut, dann würde ich aber sagen, für die Folge hier kommen wir zum Ende. Ja, das hat jetzt auch ausnahmsweise mal lang genug gedauert. Ja, ich bedanke mich immer recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.